Das Känguru ist in der Welt der Edelmetallanlagemünzen keinesfalls ein unbekanntes Tier, insbesondere durch die Bullienprägung der Perthmint. Es gibt allerdings eine zweite Serie, die dieses typische australische Tier zeigt und die hier in Deutschland viel zu unrecht übersehen wird und die ich euch in diesem Video gerne etwas genauer vorstellen möchte. Es handelt sich dabei um die Känguru-Serie der Royal Australian Mint, also der zweiten australischen Prägestätte, die insbesondere Gedenkmünzen herstellt, während die Bullienmünzen bei der Perthmint zu Hause sind. Und diese RAM abgekürzte Prägestätte stellt seit dem Jahr 1993 eine wirklich prächtig gestaltete Silberanlagemünzen-Serie her, die sich sowohl für Investoren als auch für Sammler eignet und die aus meiner Sicht ein wirklich wunderschöner Botschafter für die australische Kultur und Natur ist und insbesondere eben auch jedes Jahr ein neues Motiv aufweist. Insbesondere dieses Motiv hier, der Jahrgang 2001, gefällt mir unheimlich schön, weil hier versucht wurde, die Aborigine-Kunst Australiens in das Münzbild zu integrieren. Dieses Motiv hat damals sehr positive Rückmeldungen hervorgerufen und wurde dann 2002 noch mal in anderer Form geprägt. Und das Besondere an dieser Serie sind nicht nur die wirklich künstlerisch sehr hochwertig und sehr variantenreich gestalteten Bildseiten, sondern auch die Auflage. Die Prägezahlen sind sehr gering. Insbesondere Anfang der 2000er Jahre ist die Auflage deutlich runtergegangen, sodass beispielsweise hier das Motiv 2005 nur noch 26.000 Mal ungefähr geprägt wurde. 2007 sind wir dann schon bei nur noch 4.500 Stück ungefähr. 2008 nur noch 6.800 Stück, die geprägt wurden. Das sind also wirklich moderne Raritäten, die im Moment für ungefähr 100 Euro pro Stück zu bekommen sind auf dem Markt. Wer also damals zu den damaligen Preisen zugeschlagen hat, der hat eine sehr starke Rendite erzielt, einen sehr starken Wertzuwachs. Ja und seitdem hat die Royal Australian Mint viel ausprobiert, viele Gestaltungen getestet. Inzwischen sehen die Kängurumünzen ungefähr so aus. Sie haben einen matten Hintergrund, einen gefrosteten Hintergrund. Der Vordergrund ist so glänzend, ein bisschen auch frostig geprägt. Ein wirklich wunderbarer Kontrast, der hier zu sehen ist. Viele Details auf der Münze und die Auflage wurde zuletzt nochmals reduziert von 20.000 auf nur 10.000 Stück. Das heißt also, aus meiner Sicht hat diese Münzenserie alles, was man als Bullien-Sammler und Anleger gerne hat. Geringe Auflage, tolle Motive, großartige Verarbeitung. Also aus meiner Sicht hier ein Geheimtipp, den ihr euch gerne mal etwas näher anschauen solltet.